Verehrte Zuschauer, nach der Weihnachtspause sehen Sie die Freunde fürs Leben vom 7. Januar an auf einem neuen Sendeplatz wieder, nämlich jeweils donnerstags um 19.25 Uhr. Die Musik zur Serie ist überall im Fachhandel als CD, LP oder auch MC erhältlich. Verehrte Zuschauer, in den dunklen Gassen von Gotham City, nachts, wenn das Böse sich regt, breitet ein unheimlicher Rächer in Fledermausgestalt seine Schwingen aus. Batman. Ihn zu demaskieren ist das Ziel, dass sich sowohl die schöne Journalistin Vicky Vale als auch der grinsende Bösewicht Joker gesetzt haben. Sehen Sie jetzt einen der teuersten und auch erfolgreichsten Filme der letzten Jahre. Batman.